ok hier auf der terapin bin ich jetzt schon zwei nächte bei auftrag eine genug von arbeit wir wollen nicht über die arbeit reden wir wollen ja darüber reden was die nächsten tage so ansteht aber nein natürlich sage ich euch nicht wo ich gerade bin aber ich kann euch so viel sagen es ist gemütlich ruhig die gegend und ich lasse gerade die systeme laufen schaue ob alles funktioniert und wird dann auch sehr bald wieder aufbrechen heim zu kehren die letzten tage hier oben auf dem schiff die waren gemütlich ich habe ein bisschen auf mobiglas neue dinge entdecken können was so ein stand und up geht gerade im endeffekt leute ist mir das eigentlich vollkommen egal badezimmer muss ich demnächst auch mal sauber machen erinnert mich so ein bisschen an meine zeit bei der navy habe ich auch mal die toiletten sauber gemacht auf der nimbus ja also ich werde jetzt die systeme neu starten und weiter fliegen und dann nach diesem auftrag aber für eine coole outdoor tour vor da nehme ich euch mit und dann werden wir ein bisschen durch die wildnis laufen ich hoffe ihr seid dabei und vielleicht sehen wir uns da draußen irgendwo zwischen den ganzen bäumen und ja ja wir werden irgendwo lang gehen wo bäume sind auf jeden fall ich will da sehen wir wollen in die wälder wir wollen flüsse wir wollen einfach alles und vielleicht auch ein bisschen hitze oder kälte weißt du da gucken wir doch mal welcher der bewaldeten überlegen hier ist denn unser ziel weißt du da gucken wir doch mal Vielen Dank.